hallo und jetzt kommt zurück bei der mutter und starcraft 2 mit mir dem mutter im brotos gegen brotos auf traumfänger die brotos sind immer so toll kommt jedes gleiche to gate opening in der star gedroht oder irgendwie also dass wir uns überraschen wir öffnen auf jeden fall mit doppel geht erkennt er begeht hat ja wo schon alt kaputt sondern kommt auch gleichzeitig rüber also haben wir gas nicht klauen lassen zweites geld das hat er schon zweites geld hat er aber noch nicht doch jetzt war ein zweites geld ko hat er auch schon naja ist alles gleich nicht bei mir ob doppelt box so genau das ist eine gute idee shit aber ich habe mein dings zu spät mein pylonen zu hause bleiben so wir haben auch hier ein bonn base ich bin hier in die schatten ihr benötigt gehen wir rüber gucken ihr habt nicht genügend Mineralien sehr weise nun gut fast wir sind eins mit den Schatten kalt ist die Leere ich bin hier in die Schatten gehen wir rüber ich bin hier in die Schatten ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien jetzt klatschen wir uns mit den Stalker weg in die Schatten Forschung abgeschlossen ich bin hier in die Schatten mit dem Jungs ich bin hier in die Schatten ich bin hier in die Schatten gg war ja wie easy spiel so dass ich aber heute keine zeit habe macht leider jetzt auch hier schluss aber es hat typisches fotos spiel also entweder es ist halt echt absolut flip coin also er hat mit seinen adepten echten fehler gemacht hat sofort hat zwar ein paar probes gekriegt aber zwei drei probes des soldats zu wenig stalker gab zum rückbooten wir sagen ja machen wir erstmal schluss und sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss so das war's wieder mit der heutigen folge mit dem mutti bären starcraft 2 wenn es euch gefallen hat können gerne daumen hoch machen wenn ihr uns noch nicht abonniert habt könnt ihr uns auch gerne abonnieren und ansonsten oben rechts habt ihr eine weitere folge und unten rechts gibt es dann ein anderes projekt und ich sagen noch einen schönen abend und bis zum nächsten mal euer mutti bären tschüss